Hallo, hier bei uns, bei Nefland und I, bei Life in the West. Warum musst du eigentlich immer so schreien? Das ist so. Sag doch mal lieber Hallo. Tag. Tag. So, jetzt aber jetzt zeige ich euch, wie man den Golem macht. So, zack, 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 zack. Und den Kürbis oben drauf. Und da haben wir ihn. Hallo. Na? Wie nenne ich ihn denn? Schnitzel. Ich nenne ihn Schnitzel. Schnitzel, die spring doch nicht in den Tod. Nein! Kaputt. Du suizidaler, kranker Vogel. Ja, dann tschüss. Ja, dann geh runter. Tschüss. Da, geh in die Freiheit. Schnitzel? Kann man die auch umwenden? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nur, dass man die bauen kann. Okay. Ja, gut. Ähm. So, pass auf. Ähm. 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 Kann ich das hier machen oder krieg ich wieder Mega von Ärger? Ich häng hier fest. Ja. So. Du. So. endest das spiel gerade hängt nein machst du schon wieder was du da so ich gehe apropos ich hatte so die schnauze weil ich ja immer da den weg gehen muss also habe ich mir wie schnell die leiter gebaut hier kann ich auch immer schön hochkommen und braun immer unten laufen das ging mir total auf dem keks baue ich dir extra treppen ich hab dir extra treppen gebaut und die leiter an die wand er kann der kann wir waren steine das holz kommt jetzt erstmal weg das kann auch erst mal welche die habe ich hier noch eine paprika in einer foto ich zwiebel mir jetzt die kann man eigentlich dieses rottenfleisch essen probiert doch einfach mal wangst dass mir dann was passiert mehr als vergiftet mehr als vergiftet sein kannst du nicht ich bin bin ich jetzt vergiftet oder bin ich ein zombie das weiß ich nicht so diesen scheiß kalkulations wie war das wie kann man sich selber angucken ich habe keine ahnung sowas mache ich nicht guck mich mal an siehst normal aus du qualmst nur ein bisschen es ist vorbei sag mal hörst du jetzt mal auf du hast du wo hunde sind doch was feines so ich esse dich gleich auf du kleiner mobst du so was wollte ich denn jetzt ich wollte das kann ja eigentlich hier unten tun warte mal den schmeiß ich mal da rein also ich habe sagen wir noch mal wenn ich jetzt leder bündeln will bündeln ja und dann will ich ja gerben muss es erst bündeln geht das nicht nur mit normalen leder ich will aber gegerbtes leder du kannst du doch die ja wie war das noch leder binden ja warum willst du das binden sagt doch einfach wie es geht oben und unten strings in der mitte links leder in der mitte rechts leder und ganz in der mitte noch ein faden da hast du gebundenes leder das rezept glaube ich letztens als bild geschickt ich vergaß entschuldigen sie bitte so und jetzt muss ich auf diese scheiß dinge hier warten ja ich muss auf die keime warten bis die bis die zu kristallen ausgewachsen sind bevor ich jetzt hier mit dem system weitermachen kann so das leder tue ich jetzt in den ofen war das so ja war so okay das lasse ich jetzt erst mal da drin denn jetzt wollte ich noch mal schauen ich wollte stimmt ich wollte ich brauche noch eine karotte und zwar eine goldene ich wollte mit die hier machen das heißt ich brauche noch mal so ein trank der nacht sich das ende auge da muss ich noch einmal nach ganz oben da weiß ich nämlich braucht diese eine blume die nämlich nachts leuchtet aus der aus der wüste jetzt soll ich den namen vergessen aber ich weiß ja welches ich brauche so eine kante kante nela oder wie das ding ist nicht kandellela nee nee wo hab ich das ding muss überlegen die festplatte ist schimmernde blume nee nee wo ist die ich brauche noch strom und dafür brauche ich ascheperle ascheperle die ascheperle wie mache ich die denn zu so okay das brauche ich da brauche ich gleich meine letzte ender perle ich brauche ender perlen das heißt ich muss wieder reisen gehen ich muss definitiv wieder reisen gehen so und jetzt haben wir ein fermentiertes auge jetzt brauchen wir noch eine goldene karotte das bedeutet ich will auch mein haus weitermachen ich nehme jetzt hier noch eine karotte eigentlich sollte ich mal ein paar karotten zur sicherheit anpflanzen aber da habe ich schon wieder bedenken weil die hacke ging ja irgendwie nicht warum auch immer keine ahnung das fand ich super kacke so die knack jetzt müssen hier sind auch noch karotten ach witzlos witzlos hier sind nackes war das so ja gut so meine freundin da müssen wir gleich noch mal den trank der nachtsicht machen und da weiß ich jetzt zum beispiel nicht mehr genau wie das war so wie schmeißen das erst mal wieder da rein die schmeißt sich rein das schmeißt rein die fehler schmeißen mal rein und das schmeißt auch mal rein das heißt ich brauche jetzt die flaschen hatte ich nicht noch nicht genau ich muss jetzt noch mal wasser holen alles klar hier die augen können auch mit rein das ist ein schleimball da ist die die gute gute so jetzt brauche ich noch mal wasser ich hasse es wenn man immer an den druckplatten hängen bleibt das finde ich super scheiße du hast doch hast du deutsch oder englisch deutsch sprache deutsch warum ich gerade ein bisschen überfragten was der aloe smelter als deutsche übersetzung ist weiß ich gerade auch nicht den aloe smelter brauche ich aber um ja 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 na gut ich habe noch so eine scheiß neta warze da ist klar so dann nein dass da einmal dann kommt hier komm jetzt nie so kommt so einmal du da rein dann kommt das machen wir mal dahin und das kommt mal hier hin und jetzt müsste er das ja machen genau ich muss nebenbei mein kaffee trinken ich habe ein eindeutiges problem ich bin ich trinke den ganzen tag kaffee ach stimmt die brauchte ich da nicht auch nicht seltsamer trank so und den seltsam ich glaube ich ich brauche noch so eine karotte mhm aloe smelter da haben wir ihn doch oh gott oh das wurde lustig war das so das macht ja nichts ich habe noch genug karotten genug gold also ich kann mal schnell wieder eine neue machen das ist überhaupt gar kein problem weißt du was ich jetzt mal machen wird zur trank der nachtssicht so und jetzt brauche ich doch noch mal so eine karotte ich glaube hier unten hatte ich ja auch noch welche oder war das hier unten das weiß ich nicht ja war war so nuggets so die nuggets reichen immer nee das ist total bescheuert so dann haben wir hier die nuggets machen wir halt noch mal dasselbe spielchen von vorn so jetzt habe ich den trank der nachtssicht jetzt muss ich glaube ich die ender perle mit dem lohn staub genau jetzt habe ich ein ende auge so das habe ich gemacht jetzt bräuchte rüstung ist die hier unten oder ist jetzt oben wo haben wir den lohn schon her die trank der nachtssicht war das der trank der nachtssicht oder war das der invisible trank das war der unsichtbar trank unsichtbarkeitstrank genau dafür brauchte ich den genau die fermentierte genau trank der nachtssicht und dann kommt daraus trank der unsichtbarkeit jetzt brauche ich die fermentierte blöde nein so fermentierte spinnen auge den brauche ich und das mal gucken ob das auch ohne ich mache das mal lieber so so trank der nachtssicht daraus wird dann hoffentlich der trank der unsichtbarkeit was ist denn das hier werfbarer trank der unsichtbarkeit oder das ist ja was feines so ich weiß auch gar nicht ob man die flasche da noch extra rein tun muss so trank dich der unsichtbarkeit alles klar den haben wir so den haben wir die müssen wir nochmal machen das haben wir und die goldene karotte habe ich und jetzt brauche ich die goldene karotte habe ich so das ender auge haben wir jetzt brauchen wir nochmal eine fermentierte ja genau ach ja genau mit einem pilz spinnen auge und zucker das habe ich glaube ich oben hier ihr bären könnt ihr mal verschwinden aber ich schmeiße ich mal ganz kurz oh cool ich habe noch voll die büsche irgendwie ich habe wohl die habe ich nicht ich habe gerade unter den arm geguckt ich habe keine büsche nein ich habe meinen rucksack in die schmelze geschmissen machst du sowas ich habe gerade irgendwie ein was geht in deinem kopf vor ich hatte gerade angst dass hier irgendwas passiert ist ach so ich brauche jetzt zucker ein pilz und so ein scheiß spinnen auge genau ich habe hier auch noch bei mir irgendwo glaube ich zuckerrohr das heißt ich mache mir mal schnell selber dafür habe ich mir ja die kisten angelegt hier in dem haus so genau einmal das daraus mache ich mir jetzt zucker geht das auch hier so zucker und pilz pilzi 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 schmilzi pilzi schmilzi so aber gut ich war shoppen so den pilz haben wir was war das jetzt noch das ach so genau ging das so ja alles klar so jetzt müsste ich alles eigentlich ach die rüstung fehlt mir noch so gehen wir mal nach unten an unseren tinker tisch da da bin ich gespannt ob das funktioniert aber das ist doch nicht der basteltisch oder was doch doch basteltisch da machst du die links drauf aber warum hat er denn nur nie das ist hier weg zeug teilbauer schablonen kiste der basteltisch platziere eine schablonen und ein material nein schablonen stanze und dann haben wir die die werkzeug esse irgendwie nicht irgendwie hast du was drüben was ich nicht habe ich muss mal in dein haus mit leider irgendwie mal eben mach du gehen was landes warum ist es so der hat jetzt natürlich so der druck platte ne die du hast eine werkstation die habe ich nämlich nicht die werkstation so ok geht das irgendwie so lass mich mal da rein luschen kann man das so machen vielleicht irgendwie kriege ich das schon wieder nicht richtig aneinandergereizt so dass ich das du musst die brille in die mitte legen nein das geht ja nicht um die brille ich mache mir sein brustpanzer ja dem brustpanzer möchte ich verfeinern so der kommt dorthin so und alles andere drum herum legen ja weiß ich nicht die anordnung sah aber ein bisschen anders aus wo hast du das gesehen warte du liest zu viel nein ich muss mir noch die werkstation machen das ist mein problem ist doch aus dunkelstahl oder nicht was der brustpanzer nein aus was dann aus leder guck doch mal warte guck mal bitte nach der nummer 5250 warte 5250 die musste bauen 5250 was für zahlen sind davor gar keine ja bin ich geflogen disconnect vom server 5250 gibt es nämlich nicht hier da ist ein ganz normales tinker rezept nein was ist denn jetzt los ja du bist weg naja da bleibt das abo beim logging in stehen du hast mein buch was ist denn der scheiße jetzt ich komme nicht mehr in ein spiel rein ach wie gut dass niemand weiß dass ich rumpelstilzchen heiß das heißt ich muss ein rechner neustart machen ne weil er versucht sich gerade nicht mal anzumelden da machst du doch mal ein neustart warte mal starte minecraft mal warte mal mal gucken was man jetzt sagt eine vorhandene verbindung wurde vom ah ok doch bist doch du ich hm muss ich neustart machen äh ja sieht so aus ich sag mal danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal dos ich